Hallo Leute und hier ist mal wieder euer Mr. Shrebs und heute stelle ich euch den Charakter Widowmaker vor. Das ist eine super gute Sniper, die auch ein super gutes Sniper gewährt. Also wenn sie snipet, kann man einfach auf L2 zielen, wandert man am besten bis 100 Leistung und auf Körper ist zwei Schüsse, auf dem Kopf ein Sniper Schuss, dann sind die Gegner weg. So, ganz normal ist es ein Schnellschussgewehr. Ich habe jetzt mal so grob acht Schüsse mit Schnellschussgewehr gezählt. Auf Kopf, auf Körper weiß ich gar nicht. Okay, dann hat sie auf L1 einfach einen coolen Enderharten. Das feiere ich richtig. Dann kann sie eine Giftbombe machen. Wenn da ein Feind reinläuft, bekommt er Gift für eine bestimmte Zeit. Dann können wir wieder hier Enderharten machen. Wir können natürlich auch ganz normal mit unserem Gewehr schlagen. Und unsere Superattacke ist, dass wir jeden Gegner sehen. Schau, wie sehen sie durch die Wand. Boom. Genau. Und das war's mit Widowmaker. Schreibt mir in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat. Okay, dann ciao. Schau. Schau. Untertitelung des ZDF, 2020